herzlich willkommen bei unserem kanal praguay live ich bin der pitt und schaut euch das nächste video an wie immer abonniere den kanal um nichts zu verpassen und likes nach oben bis dann so man sieht mich glaube ich doch relativ gut so das heutige thema ist einwanderung hilfe warum also ich habe vor ich glaube paar tagen ein video gemacht da werde ich euch hier verlinken und dazu gab es auch einige fragen von eurer seite aus bezüglich der dokumente bzw der auswanderung oder auch wie ihr wollt einwanderungshilfe nach paraguay und zwar mit einem einwanderungshelfer falls euch dieses thema interessiert bleibt einfach dran ok ich muss mich immer vor der sonne schützen damit das bild so halbwegs vernünftig bleibt so erstellt sich immer wieder die frage auswandern ja oder nein gut dazu macht man glaube ich ein extra video aber in diesem video wie schon erwähnt habe geht es um einwanderungshelfer beziehungsweise um einwanderung hilfe warum klar es gibt grundsätzlich zwei möglichkeiten ihr kommt hierher nach paraguay macht das alles alleine oder in nimmt eine einwanderungshelfer zwei möglichkeiten keine mehr okay so es gibt natürlich auch einwanderungshelfer ich sage mal einfach mal so die erst seit zwei drei vier monaten in paraguay sind und wissen alles schon viel besser als diejenigen die 30 oder 35 jahre in dieser branche arbeiten mag es sein es ist nichts verboten aber eure entscheidung also worauf ich hinaus will ist folgendes es gibt natürlich einwanderungshelfer die euch vielen tausender 1200 immer billiger 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 die sachen anbietet welche weiß man nicht genau kaum reden wir spanisch die dritte sache meistens kommt die sachen weiße paul damit er etwas schneller geht brauche ich noch mal 200 für jeden 1 23 wochen und da habt ihr die probleme immer am hals also ich möchte jetzt keine namen nennen werde auch keinen nennen aber es passieren ständig solche sachen warum macht ihr nicht folgendes das ist doch ganz einfach die richtige entscheidung müsst ihr treffen und zwar den richtigen einwanderungshelfer wählen spart ihr nicht auf dem verkehrten ende es bringt nämlich nichts unten gebe ich euch direkt die richtige adresse wo ihr euch an diesen einwanderungshelfer der zu unserem team gehört sich direkt wenden kann ok also bleibt dran und passt gut auf ich werde euch einige sachen erklären so warum der richtige ich habe euch einige mal erklärt dass ich gerne in einem team arbeit also man kann es nicht alles allein erledigen man sollte doch zusammenarbeiten in gewissen bereichen zum beispiel schutz da hörte im hintergrund unsere hunde mache ich auch nicht allein ja aber spaß beiseite so wir sind mit meiner frau also wie gesagt 18 jahre hier schon paraguay und arbeiten gerne mit hiesigen geschäftsleuten die natürlich in ihren jeweiligen bereichen wirklich noch mehr erfahrung haben als wir und in diesem fall ist es eben einwanderungshilfe also die einwanderungshelfer der richtige einwanderungshelfer als wir nach paraguay kamen was war das wichtigste klar die richtigen dokumente die richtigen paraguayischen dokumente und die kann man nur erreichen wenn man die richtigen leute kennt lasst euch auf jeden fall durch die richtigen menschen durch die richtigen geschäftsleute helfen damit ihr überhaupt keine probleme habt also man kann es nicht einwandern und direkt schon mit den wichtigsten sachen was ist wichtig was ist wichtig die einwanderungs dokumente was gehört dazu die daueraufenthaltsgenehmigung und der personalausweis habt ihr sicherlich schon mal gehört es nennt sich cedula da werde ich euch so ein beispiel jetzt eben zeigen wie so eine cedula so eine paraguayische cedula also ein paraguayischer personalausweis aussieht und im prinzip ohne diesen ausweis seid ihr gar nichts sorry gar nichts das heißt also die dokumenten die richtigen dokumente das ist das a und o der ganzen geschichte also wendet euch an den richtigen mann und beantragt auch die richtigen korrekten dokumente und zwar schnell wie macht das in einigen tagen das ganze bürogramm müsst euch um nichts kümmern und hab alles gewonnen könnt ruhig nach hause fliegen und dass sie zurück kommt holt schon die dokumente ab die kühe bestätigen nämlich das so spaß beiseite aber was sie braucht geburtsurkunde das auf jeden fall zweitens heirats urkunde das ist auch das wichtigste und eventuell falls ihr nicht verheiratet zeit natürlich scheidungsurkunde das ist ja alles ihr müsst das im prinzip begläubigen lassen um den rest vor ort hier in paraguay lasst uns doch mal erledigen es ist überhaupt kein problem ihr habt freier kopf lasst uns unsere arbeit machen unser team erledigt die komplette arbeit für euch und zwar mit den richtigen leuten es ist eure sicherheit denkt dran also was ich was ihr braucht ist auf jeden fall die dauer aufenthalts genehmigung das ist schon mal das wichtigste und zweitens der personalausweis also die paraguayische personalausweis was ich auch cedula nennt das alles erledigt unser team zu einem preis von 1500 euro und es kommen keine zuschläge okay also die zeit 1500 euro und bekommen die richtigen dokumente und zwar maximum also aus der heutigen sicht in zweieinhalb drei monaten also ihr beantragt die sachen durch unser team fährt oder fliegt ruhig mal nach hause und den rest bekommt ihr ausgehändigt wenn ihr nach paraguay zurückkommen ist ihr müsst es selber unterschreiben ok also in diesem sinne so ich muss ja immer kontra die sonne kämpfen also wie gesagt es ist wichtig also bitte überlegt euch das ganz gut mit wem mit wem ihr die einwanderungsdokumente macht wann ihr das macht und das ist also sehr sehr wichtig also ich persönlich habe 18 jahre erfahrung fast 18 jahre erfahrung in paraguay die anderen team mitglieder haben noch viel mehr und ich denke dass es auch jedes geld werden ich möchte euch nämlich schützen von unfairen wettbewerb und das ist schon mal das wichtigste was ihr auf jeden fall braucht ist das vertrauen das ist das a und o und das gilt auch also lasst euch nicht irgendwie in die ecke zwingen und sagen wir ach mit den 10.000 euro komme ich da klar ich kenne viele fälle die leider gottes in die falsche richtung gegangen sind oder es muss nicht sein also falls ihr den richtigen einwanderungs helfer benötigt schreibt unten direkt in diese adresse warum es ist ganz einfach also ich als auch unser team müssen das etwas sortieren also bei so vielen anfragen können wir nicht nur eine adresse benutzen weil es unmöglich ist das ganze auszusortieren jeder hat so seine problemchen ihr könnt sicherlich dass das 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 und möchten unser service wirklich optimieren in dieser hinsicht das heißt alle sämtliche anfragen bezüglich einwanderungshilfe beziehungsweise einwanderungshilfe bitte an diese adresse stellen als sie natürlich andere fragen habt immer meine e mail adresse benutzen die ihr sicherlich kennt gebe ich auch unten und meistens gebe ich natürlich entweder hier links muss ich mich ein bisschen rüber schieben so und da wird hier die adresse erscheinen sonst wie gesagt zuerst überlegen gut überlegen will ich auswandeln ja oder nein die zweite sache ist falls ja oder auch falls nein einfach in die auge gefallen so passiert das paraguay live sorry ich werde es nicht ausschneiden so jetzt ist es glaube ich besser so deshalb wie gesagt die richtige entscheidung treffen und vor allem was für uns wichtig ist macht das ne mensch ich komme erst in einem jahr und jetzt kriegst du schon mal die dokumenten macht das lieber nicht macht das kurzfristig ja also ihr habt schon den flug gebucht schickt uns die daten zu was wir dazu brauchen ist natürlich eure passkopie das ist das a und o und natürlich die anderen unterlagen in also alles kopie damit wir vorher die sachen richtig vorbereiten können und euch die zeit sparen weil das am wichtigsten ist ja also immer ein bisschen überlegen lass uns doch mal arbeiten lass uns doch mal zusammenarbeiten damit das ergebnis am ende zu eurer Gunsten ausfällt und ihr habt zum schluss geld zeit und eure arbeit auf jeden fall gespart in diesem Sinne mach's gut bleibt gesund und links gebe ich euch wie immer weitere empfehlenswerte videos und wie gesagt bitte nicht verpassen was ich am anfang gesagt habe ich habe schon ein video dazu gemacht was auch wichtig ist was ihr nicht gesehen habt müsst ihr nochmal das video sich angucken das wird eine kleine reihe davon geben also mach's gut in diesem sinne den kanal bitte abonnieren likes nach oben falls sie fragen hat wie immer unten 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 bitte die fragen stellen weil da kann ich wirklich an alle beantworten und nicht jeder einzeln was teilweise sorry unmöglich ist dass ich aber auf jeden fall versuche also in diesem sinne beim schönen wetter mach's gut ciao aus paraguay adios